So, da sind wir wieder. Yeah. Kurz gecheckt, haben noch ein bisschen Platz auf der Festplatte. In dem Sinne können wir noch ein bisschen aufnehmen. Hier in wunderschönen Bright Town. Ah, das ist echt schön hier. Wie gesagt, ich feiere das nach wie vor. Mir gefällt das hier echt saugut. Was hier nicht so schön ist, sind die Skelette. Ja, aber irgendwas Schlimmes muss ja hier sein. Aber es ist mir schon aufgefallen, dass wir fast nur bis jetzt Riesenspinnen und Skeletten begegnet sind. Ja, also die Gegner-Auswahl ist nicht so pralle, aber sonst... Da umste Kiste. Aber gut, für den ersten Teil... von dem Spiel ist es schon mal unheimlich etwas. Ich find's, also ich feier's. Ja. Klar, die Auswahl ist nicht so pralle, aber... Oh Gott. Das ist ja auch mehr so ein Rätsel-Adventure eigentlich. Ja. Obwohl das eigentlich nur... Obwohl man eigentlich nur nach links und rechts gehen kann, ist es trotzdem mit nem Ziel, mit ner... Oh, ziemlich coolen Flair. Mhm. Spieluhr erhöht die maximale Anzahl der Kisten, die der Zauberer zugleich aktivieren kann, um zwei. Verbindet sich mit dem blauen Meisterstein. Mhm. Cool. Nicht schlecht. Wo geht's hier lang? Wuhu. Irgendwie... Oh, das sieht aus wie so ein Hobbit-Haus. Das ist ja voll cool. Voll süß. Oh. Irgendwie hab ich grad ein Problem. Was denn? Sag nicht, dein Spiel ist wieder abgerauft. Ja. Ah. So, jetzt geht's wieder. Wolfgangs Spieldose. Meine lieben Leute. Immer wieder was Neues. Ja. Das Rätsel ist ja relativ einfach. Was? Voll einfach? Ich hätte jetzt noch drei Stunden rumgerätselt. Und Splitter hochzuklettern. Dankeschön. Uga. Juhu. Der Meister in der Markise hat es wieder geschafft. Jeha. Oh oh. Super. Oh ne, nicht schon wieder. Hau doch ab hier. So. Genau. Springen wir in die Flinte, du Sack. Bin da grad irgendwie... Da geht's ja. So. Juhu. Oh oh. Hm. Was ist denn das so feines? Warum spuckt er irgendwas? Achso. Yay. Aua. Jawohl. Jeha. Oh. Yay. Erfahrung. Jawohl. Jetzt fehlen uns nur noch fünf Sachen und dann können wir wieder level up. Oh. Oh. Gott. Was denn? Die Suppe hier auf Doom. Die Suppe auf Doom? Hast du wieder nicht aufgerissen? Ja, der Gummibärensaft. Ah. Ich bräuchte kurz ne Kiste oder den Zauberer ganz kurz, aber dann kann ich nämlich da ne Kiste machen und mich mit der aufhangeln. Na nicht da. Da brauche ich ne Küste. Ah. Danke. Komm schon, komm schon, komm schon, du schaffst das, du schaffst das! Nein! Ah! Na toll, mir fehlt noch ne Küste. Oh, noch eine. Noch ne Küste? Ja. Mal mit. Danke. Danke schon. Ach, geht doch. Juhu. 46. Ne. Soll ich warte mit dem Zählen anfangen wie vorher, als ich drauf gewartet hab, dass das Video fertig rendert? Ne. Das war toll. Gibt's hier Leute? Yay! Oh, diese Skelette zerstört echt das Idol, muss man sagen. Oh. Ja. Wieso haben wir einfach keinen großen Hund, der sich um die Skelette kümmert? Schon irgendwie. Fifi, guck mal, fressen. Oh. 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 Ganz großer Sport. Wuhu! Aua. Oh, Mann. Ich will da, ich will da, ich will da, ich will da, ich will da! Ah, okay. Das ist voll geil, man muss einfach nur ein bisschen jammern. Dann geht das auf einmal. Voll geil. Aaaaaah. Saga Kazam! Oh ne, nicht schon der Skelette. Hau ab. Zieh dich! Lass mich in Ruhe! Nein! Braucht mir weh zu tun! Warum triffst du mich nicht, dich nicht? Spannerei! Da ist ja noch eins. Geh weg! Wuuu! So, Levelaufstieg! Schon wieder! Ja, scheinbar. Aber kann grad sowieso nix machen. So, weiter geht's. Kisten! So, so many Kisten! Aua! So, und hier wieder eine Küste. Juhu! Und die tun wir hier vor. Ja, danke. So. Juhu! Aua! Das ist ne Flasche! Das ist ne Flasche! Na schon! Warte! Nein! Och Mann! Hoppala! Ich will da so ne Kackspinne! Oh ja! Hier gibt's Pilze! Ob man die rauchen kann? Ich dachte, Pilze isst man. Na tut man beides. Aaaaah! Da hinten ist irgendwas. Auf der anderen Seite wär ein Checkpoint. Bist du gefunden! Kirste! Und? Stein der Wiederkehr! Stein der Wiederkehr? Kann den Träger des Gegenstandes einmal pro Level neu auferstehen lassen. Sehr cool. So. Bitte stirbt nicht wie ich. Danke! Äh, Endbus. Endbuss. Der hat zu viel Gummibärensaft getrunken. Juhu! Ah, den hab ich ja schon vorher gesehen. Nein, hör auf auf die... Alter! Du hast den ja voll platt gemacht! Oh, jetzt tu. Ja, Feuer! Feuer gegen Trolle hier, ne? Das war so ziemlich der kürzeste Bosskampf, den ich in Spielen hatte. Echt? Ja, einer der kürzesten. Ich würde gerade sagen, es geht doch viel kürzer. Oh, guck mal! Da oben! Ach so, warte! Kann nicht drauf sein. Feuerpfeiler vielleicht? Ja, ich probier... Ich bin doch grad am Drehen. Jetzt lass mich doch mal machen hier jetzt. Na ja mal. Ich mag ja nur. Mach mich zu stressen! Weißt du, in dem Moment, wo du sagst Feuerpfeile, bin ich grad dabei zu wechseln. Ja, das tut mir ja leid. Nein, das tut dir nicht leid! Ich war nicht. Spinne! Hoppla! Blacky hasst mich in Wahrheit. Das war ein Bullshit. Nase kitzelt. Ah, ich hasse Heuschnupfen. Leute, seid froh, wenn ihr kein Heuschnupfen habt. Heuschnupfen ist so ein undankbares Zeug. So. Spinne weg. Spinne weg, Multi 2000. Überall diese Giftbrühe. Wahnsinn! Ja, die Gummibären haben das echt übertrieben. Wuhu! Jawohl! Wuhu! Ich lauf jetzt einfach mal ne Runde. Eik, 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 eik! Da! Tot! Nein! Aargh! Wuhu! Erfahrung! Yay! Haha! Nicht auf die Kiste stellen. Ich wollte aber... Ja toll, du kommst drauf. Ja, ich dachte, ich kann sie noch ein bisschen draufziehen, aber dann stehst du drauf. Ja, ich will dich ja auch ein bisschen ärgern. Achso. Wir rushen da quasi durch das Spiel, da muss es ja irgendeinen Loop geben. Geht ja nicht. Wir müssen das Spiel künstlich in die Länge ziehen, damit wir ganz viel Geld gewinnen, obwohl ich noch nicht mal YouTube Partner bin. Achso! So meinst du das. Ja, genau. Das stimmt schon. Also wehe, du kommst ja nicht als Millionärin raus, ne? Warum schwebt denn hier ein Schwert? Oh, jetzt ist es weg. Da bist du. Und so öffnet man ganz sneaky Tore. Ja. Und so tötet man ganz sneaky Zombies. Äh, Skelette. Sorry. Übrigens ist mir aufgefallen, dass Zombies, ja? Ja. Sehr viel gemeinsam haben mit Nazis. Was? Ja, die meisten Zombies sind halt glatzköpfig, weil sie schon so vergammelt sind. Ja. Und blöd sind sie auch noch. Tch. Das ist echte... Ah! Ach komm schon. Und Zombie-Nazi ist halt nur der nächste Schritt der Evolution. Ah, okay. Komm. Also das ist halt meine Nazi-Theorie. Achso. Hast du in letzter Zeit Stick of Trugel-Show gespielt, oder? Ne, ich hab's durch... Ja, also ich hab's mal durchgespielt. Ja, weil da gibt's ja auch die Nazi-Zombies. Ja, da gibt's auch ne Nazi-Zombies. Da gibt's auch ne Nazi-Zombie-Katze und die Nazi-Zombie-Riesen-Emprio. Aha. Muss man dann abtreiben? Ne, den Embryo muss man nicht abtreiben, den muss man trinken. Ach ja, stimmt. Ne, man muss dann später... Ja, vorher ne Abtreibung machen. Ja, beim Marsch muss man ne Abtreibung machen. Das muss ich etwa 20 Mal wiederholen, weil ich das ultra schwer fand. Ja, ich hab das am Anfang irgendwie auch nicht ganz gecheckt, wie man das jetzt macht. Als was hast du's eigentlich durchgespielt? Äh, als Dieb und als Magier. Ja. Achso, du hast das zweimal durchgespielt. Ja, ich bin grad beim zweiten Mal quasi dabei. Ich hab's als Jude durchgespielt, das musste einfach sein. Ja, war klar. Wir sind zu schwer. Wir sind ein... Ah, jetzt... Aha! Na, geht doch. Was ist das Schwindert-Skelett? Das darf doch nicht wahr sein! Checkpoint. Nein, ich bin... vielleicht tot. Du hast Checkpoint gesagt? Ja. Ah ne, das fühlt sich ja wieder auf. Verdammt. Ich dachte, ich kann mich hier elegant töten, aber... Du kannst deinen Charakter schneller wechseln und dich töten. Jetzt. Nein, jetzt bin ich auf der anderen Seite wieder... Ach komm... Hä, will ich jetzt? Wo ist denn hier ein Checkpoint? Ich weiß es nicht. Wir sind Spinnen. Ah! Das war ne ganz dumme Idee, vorzulaufen. Rette mich, großer, starker Krieger! Rette mich! Oh, da kommt der Krieger! Da kommt der Tempo-Tauschen-Krieger, du! Obacht! Obacht, jetzt gerade durch! Aber hallo, hey! Berserker-Mode! Go, go! Einmal Monster! Gefährliches Monster! Jawohl! Das ging ein bisschen zu schnell! Ich hab ein Feuerschwert! Oh, das ist Erfahrung, die will ich haben! Nein! Warum dreht sich das eigentlich mit Löt? Das ist offensichtlich zu drehen! Keine Ahnung! Geh auf damit! Geh auf! Geh auf, es zu drehen oder anzutragen! Ich hab keine Ahnung! Ich mach doch gar nix mit dem Ding! Ah, gut doch! Ein Hebel! Oh, ich bin ganz stark! Verdammt, jetzt hab ich mir einen Bruch gehoben! Oh! Sesam, öffne dich! Siehst du auch vorne sind stark! Verdammt! Wir müssen jetzt in der Nähe des Turms sein! Ah! Hm? Okay! Das Herz! Das Bösen! Sind wir jetzt in Mordor, oder was? Ich hab mir das Gefühl, wir kommen langsam dem Ende entgegen! Ah! No! Erinnert mich an eine Waffe! Spiegel! Ha! Ich habe die beste Waffe von allen! Aua! Also nicht reinfallen, das tut weh! Doch, Steiger! Hier ist alles Von Lava! What's n n't du jetzt da hinten? Depp! Oh Scheiße! Ich hast es gut gemacht! leven2 war ein spiel das hat sich darauf gehalten doch Romulus hat das Spiel verlassen er hat schon mal ob er gleich reinkommen kann oder ob er ja ein Moment von mir steht Blacksense hat das Spiel verlassen ich gar nicht das Spiel lügt mich an ja schon irgendwie ist ich bin noch drin von der Reihe Romulus ist im Spiel beigetreten komisch seltsam da stand er jetzt erstmal nicht darf das nicht da oben ist übrigens ein Savepoint ja da hinten auch also meine Kisten schmelzen ist auch ein bisschen heiß diese Kiste schmelzt nicht jetzt haben wir so jawohl nein nein puh das war ja haarscharf ah ich weiß wie ich das mache pass auf bitte mich nicht wieder runterschieben danke jawohl da steht schon wieder ein scheiß Skelett ja darum musst du dich jetzt erstmal kümmern und und so Feierabend denkt wohl das ist was besonderes nur weil es hier rumschießt gut kann man sicher hm ja wo hab ich mich denn jetzt mal gehangelt so da oben warum auch nicht ich betätige mal den Hebel jo wenn das Ding mich nicht wegschiebt ja machst du jetzt dann mal danke oh Gott Chaka ne nochmal ja das ist eine Klatschform cool ich würde die Erfahrung da haben ich glaube da sind jetzt überall solche Dinger aktiv kann das sagen ja komm schon ich will da hoch das gibt's doch nicht na toll jetzt bin ich tot ne ich lebe noch ne jetzt nicht mehr doch wie wird sein wird sein ja ja erfahrungen wo müssen wir hier eigentlich hin Ich hab keine Ahnung. Ah, ich glaub, hier geht's weiter. Ah, komm schon, geh weg, du blödes... Ding. Das gibt's doch nicht. Nein! Warum hast du dich denn jetzt zu mir geportet? Weil du zu weit weg warst. Ah, toll. Ah, toll. Ach, toll. Ach, toll. Ah, wey. Nieu. Hallo? Geht doch. Ähm, können wir kurz eine Aufnahmepause machen? Können wir machen. Ich muss aufs Klo. Geht doch.